Weil ich ein paar Fragen im Chat bekommen habe, wie der neue Afix funktioniert, Afflicted, oder auf Deutsch befallen, hier ein ganz kleiner Guide. Das erste, was ihr machen solltet, ihr solltet auf Vago gehen und dort Afflicted eingeben. Das ist der englische Name, da findet man dementsprechend die Vigauren viel schneller als auf Deutsch und dann ladet ihr euch irgendeine der Vigauren runter. Die von Lucky kann ich zum Beispiel empfehlen, die ist gut, da sind noch ein paar andere Sachen drin. Und sobald ihr sie installiert habt, könnt ihr, tut mir den Gefallen, einmal draufklicken auf die Gruppe, zum Beispiel wäre es die hier, auf die Active Group gehen und dort die Skalierung erhöhen. Einfach nur, damit ihr das besser seht. Ich habe das richtig übertrieben gemacht auf drei. Ich lasse es auch. Das ist zwar super groß, aber es ist auch gut, dass es so ist. Ich zeige euch gleich, warum. So, als nächstes, was ist das überhaupt? Afflicted ist, da spawnen bis zu zwei Seelen und die sind freundlich gesinnt. Die muss man entweder hochheilen oder man muss einfach die Krankheit, Gift oder den Fluch von denen entfernen. Magie geht nicht. Das gibt die vier Größen. Magie nicht. Krankheit, Fluch oder Gift. Und ich zeige euch mal ganz kurz die Klassen, die das können. Also einmal können alle Monks, das sind immer nur ganze Klassen, wenn sie im Detox geskillt haben, diesen Punkt, das hat man passiv dabei, können das alle Monks. Wenn Paladine den Punkt geskillt haben, hat man auch immer passiv dabei, können das alle Paladine. Droiden können alle, wenn sie das geskillt haben. Alle Priester können es, wenn sie das geskillt haben. Priester, Master Spell geht übrigens nicht, weil Master Spell ist einfach nur ein AOE Magic Dispel. Wie gesagt, es funktionieren nur Gift, Krankheiten und Flüche. Kein Magic Dispel. Restoration der Schamanen, oder generell alle Schamanen können das, wenn ihr Purify Spirit geskillt habt und Devastation Evoker, wenn hier oben Expunge, was man auch immer hat, geskillt hat. Und Magies können das auch, wenn sie Fluch removen geskillt haben. Das sind die Klassen, die es können und das sind auch die Klassen, die es sollten. Und im echten Leben sieht das dann so aus, die sind dann kämpfen, kämpfen, kämpfen. Zwischendurch spawnen dann die Dinger. Man sieht das vorher schon, da zum Beispiel, ja. Da sieht man das und dann werden sie dann dementsprechend zu diesen Seelen. Und dann hat man zehn Sekunden Zeit, beide zu finden und dann, wir haben zum Beispiel, alle können das aus der Gruppe, können das alle, deswegen geht das auch bei uns ganz schnell weit. Zack, zack, drüber, eine Maus ist drüber, ich drücke hier auf die fünf, das ist bei mir Dispel und dann zack, Dispel ich ihn, und dann ist es weg. Und das ist super einfach. Also die Aufgabe ist nicht nur für die Heiler, das wegzuheilen. Heilen muss man die gar nicht. Man kann es mit Heilung machen, aber meistens sind die Leute in der Gruppe viel schneller. Aber dafür muss man echt aufpassen. Das Einzige, was bei dem Affix aktuell nicht so geil ist, ist, dass in Ulderman zum Beispiel, wenn die spawnen, manchmal sind die so in den Wänden oder oben an der Decke versteckt, dann gehen sie mal manchmal durch. Aber ansonsten ist einfach das die Heilung. Hier zum Beispiel, da spawnen sie wieder, zack, da sehe ich es schon. Und zack, Dispel, Dispel, da ist noch einer. Wo ist der? Ach, da vorne ist der. Okay, deswegen hilft die Wieg-Aura, wenn man es nicht unbedingt erkennt. Dafür braucht ihr dann auch keine, es gibt irgendwelche Wieg-Auren und welche Anleitungen, da müsst ihr den Play da reingehen, sagen die dann. Dann musst du in Settings, dann musst du den aktivieren, den deaktivieren, das aktivieren. Dann musst du hier hingehen, Optionen, unter Namen und dann musst du da irgendwas aktivieren, deaktivieren. Braucht ihr alles nicht. Lasst es alles so, wie es ist. Das wird nur eure Performance und eure Einstellungen kaputt machen und ladet euch nur die Wieg-Aura runter. Und dann seid ihr good to go. Und dann seid ihr gut. Vielen Dank.